Ich bin Davy Selke, Daniel K. Togwell, Karim Belarabi, mein Name ist Sarah Dawson, Felicitas Rauch, Kenny Prinz Redondo, ich bin Ibo Traore, ich bin der Klingo und Maxi Eggestein. Da dachten die erst mal so, Mädchen, giftig. Es war mir wichtig, dass ich mich persönlich entschuldige. Ich denke, dass wir auch wussten, dass wir was erreichen wollen, dass wir Ziele haben.